Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier. Heute für euch die EDAHR Kaliber 25 Meter, 36 Schuss vor 500 Gramm NEM. Ja Leute, viel Spaß damit gleich im Testvideo. Los geht's. Hast du aber schön gesagt. Alter. Geil, oder? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Bis dahin und ciao. Bis dahin.